Gut, was bauen wir nun? Wir bauen erstmal was ab und zwar reißen wir die Gebäude hier ab. Da oben. Gut, was kommt denn nun hier hin? Sagen wir, gucken einfach mal. Krankenhäuser haben wir. Genug auf jeden Fall. Und hier ist noch kein einziges Gebäude abgebrannt. Hier hat noch überhaupt kein Gebäude gebrannt, aber wieso? Oh, also auf meiner anderen Karte, in Bad Cat City, da war es alle drei Minuten am Brennen, aber hier brennt es irgendwie nie. Aber woran liegt das? Weil so viele Feuerwachen da sind wohl kaum, oder? Es kann ja wohl kaum daran liegen, oder? Kein Gebäude hat gebrannt. Hab mir das immer sehr gerne angeguckt. Oh, was hält mir denn hier her? Polizei-Hauptquartier, haben wir nur das eine. Hier haben wir überhaupt kein Polizei-Hauptquartier. Hier haben wir nur die Feuerwache. Aber meine Bewohner sind ja ganz lieb und brav. Wir könnten hier noch was Kleines hinbauen. Eine Polizeiwache, normalerweise. Die könnte ich hier an die Seite hin. Und Bildung. Bildung. Ach, die brauchen mehr Bildung, ja. Aber die haben da bereits genug Gebäude, oder? Sind die irgendwie zu faul zum Laufen? Was haben wir denn hier? Alles rot. Wieso? Oh, Mann. Wieso geht denn da niemand hin? Sind die Gebäude irgendwie umsonst gebaut worden? Oh, mein Gott. Es brennt. Das erste Gebäude. Wow. Sofort beobachten. Ist aber ein kleines Feuer hier. Sehr, sehr klein. Ich habe so lange darauf gewartet, jetzt hier in... ...der neuen Welt. Oh, nein. Das war es auch wieder. Wieso hat es bloß so kurz gebrannt? Oh, nein. Gut. Bildung. Wieso sind die alle so ungebildet? Die haben doch hier genug Auswahl, sozusagen. Also meiner Meinung nach. Oh, da habe ich irgendwie was an den Augen. Die könnten auch mal ein paar Meter weiterlaufen. Na, jetzt sind die da zufriedener. Wie sieht es denn hier aus mit der Universität? Da ist rot, da ist rot. Hier überall auch. Aber die verbraucht ja auch, na, relativ viel Platz. Sagen wir es mal so. Ist halt doch ein Problem. Platz ist ja auch kaum noch. Hier, was könnten wir hier machen? Können wir hier oben noch hin? Alle so ungebildet hier. So. Mal kurz gucken, wie sieht es hier aus mit den Gebieten. Es wurden fast alle Wohngebiete bebaut. Also können wir ein bisschen nachlegen. Aber wo legen wir nach? Würde sagen, dass wir hier oben ein bisschen nachlegen. Also nachziehen. Und wo denn noch, würde ich sagen, hier. Das komplette Gebiet hier. Es werden auf jeden Fall noch Gebiete gebaut mit kleinen Wohngebieten. Aber das soll ja hier das Zentrum werden. Und da gibt es noch mal relativ große Hochhäuser. Ist ja ganz klar. Oben auf der kleinen Insel. Klar, da kommen kleine Wohngebiete hin. Wo noch kleine Wohngebiete hinkommen. Also hier ist der Flughafen. Hier kommen keine hin. Bei dem Lärm. Würde sagen, dass man die kleinen Wohngebiete auch hier so außen rum packt. Hier müssen auf jeden Fall noch mehr Anbindungen hin. Dass dann hier auch ganz, ganz viele kleine Häuser hinkommen. Das gefällt mir ganz gut. Hier fehlt irgendwo Energie. Immer noch. Oder was ist denn hier los? Wieso? Es ist doch genug da, oder? Es ist zu wenig. Jetzt wird es hier auf einmal überall angezeigt. Oder ich muss mehr Leitungen legen. Oder ich mach das anders. Hier kommt eine Turbine hin. Daneben kommt noch eine hin. Und dann verbinden wir das so. Würde sagen, hiermit. Dazu müssen wir aber erstmal rüber. Irgendwie. Ich will doch nur auf die andere Seite. Normalerweise müssten jetzt die Gebäude auch alle mehr Energie haben, oder? Weil die auch von hier aus versorgt werden. Kurz abwarten. Ja, die ersten Symbole sind weggegangen. Und es gehen alle weg. Sehr gut. Mein Plan ist aufgegangen. Und es brennt wieder! Aber wo? Es ist hart gebrannt. Oh nein. Und was macht die Müllabfuhr da unten? Hä? Sie hängt im Feuerwehrwagen drin. Okay. Das ist ja sehr interessant. Aber wo brennt es denn da? Es wird gar kein Feuer angezeigt. Hä? Ey, was macht der da? Wieso macht der eine Feuerwehrmann den anderen Feuerwehrmann nass? Hallo? Oh man. Also diese Animationen hier, ne? Die sind teilweise so kurios, aber dann auch wieder zum Tod lachen. Was ist jetzt hier los? Fährt hier mal jemand los? Die arme Müllabfuhr. Ist einfach hängen geblieben. Könnte normalerweise jetzt hier so ein bisschen die Leute beobachten, ja. Obwohl, hier ist kaum Tube. Ne. Läuft denn hier jemand im Park rum? Hier geht einer zu Fuß entlang. Ja, das ist sehr gut. Oh, einer. Wow. Könnte eine Frau sein. Kurzes Oberteil. Rotes Oberteil. Ja, das könnte eine Frau sein. Hier auf der Seite machen wir auch noch den Park hin. Wieso wollen die alle links abbiegen? Kann mir das mal bitte jemand sagen? Wo wollen die denn alle hin? Die wollen entweder hier parken. Oder wieder irgendwo anders abbiegen. Gut. Wieder Gebäude abreißen. Oh nein. Da, dü, ta, ta. Hier fährt doch irgendwo... Ach, die Polizei nur. Okay. Das kommt auch weg. Wir haben jetzt etwas über 7000 Einwohner. Ah, ich habe ja die Bürogebiete ganz vergessen. Oh, oh. Oder sind die hier irgendwo? Moment. Das war hier. Genau. Bürogebiet. Könnten wir malerweise hier so auf die Ecke setzen? Je nachdem. Mal einmal hier hin. Dann nochmal hier hin. Hier kommen auch noch ein paar Bürogebiete hin. Aber mach erst mal ein paar wenige. Weil wenn die dann wieder abgerissen werden, wenn da keiner arbeitet, dann macht das auch keinen Sinn. Hier noch die Reihe voll machen und dann machen wir was anderes danach. Oh, zu viel Müll? Na, wieso? Müllberge, ja. Die Müllabfuhre ist ja irgendwo da hinten. Die müsste ja normalerweise auch ihre Arbeit machen. Aber die fährt ja hier den kompletten Weg hier rum und da muss die ja irgendwie da hinten hinkommen. Braucht normalerweise noch eine Mülldeponie. Aber dann sieht alles wieder so ekelhaft braun aus. Das ist halt das Problem. Wie hier oben. Moment, oder? Ja, es wird langsam braun da oben. So ganz langsam, ja. Wo könnte dann noch eine Mülldeponie hin? Also hier auf gar keinen Fall. Nein, nein, nein. Das wird alles bebaut. Hier auf gar keinen Fall. Also wo noch eine Mülldeponie hin könnte, wäre hier irgendwo in die Ecke. Ja, weil einen anderen Ort gibt es keinen für die Mülldeponie. Ja, jetzt ist das Symbol wieder weg. Ja, wie. Ich wollte gerade eine neue Mülldeponie bauen. Aber ich glaube, wir brauchen noch keine. Wir haben 7000 Bewohner. Jetzt noch eine zweite Mülldeponie. Ich glaube, wir brauchen noch keine neue. Oh, hier kurz beobachten. Wie machen die das denn? Wie ist das denn hier so toll animiert? Super toll animiert, ja. Guck mal, was macht der andere? Fährt der einfach in den rein? Oder was macht der? Ne, der biegt einfach wieder ab. Kommen da auch Leute raus? Muss das ganz genau beobachten. Wo sind die Leute, hä? Da fehlen aber noch ein paar Meter. Sollen die etwa da drüber fliegen zum Eingang? Okay. Okay, es hält an. Aber wo kommen die Leute raus? Da vorne. Keine Ahnung. Boah. Wie viele kommen denn da? Wie die jetzt da hingekommen sind? Okay. Ineinander fahren sie. Ineinander. Alles klar. Jetzt ist es nur noch... Jetzt ist es zu einem geworden. Moment, wie heißen die ja mal? Marinya? Was? Marinya 2? Wie heißt das andere? Hat denselben Namen. Okay. Und sie fahren wieder ineinander und voneinander weg. Alles klar. Wo gehen die Leute hin? Wo kommen die Autos her? Hä? Aber die Buslinie, die ist doch hier irgendwo, oder? Einfach mal kurz nachgucken. Ich meine, ich hätte hier eine gemacht. Ja, genau. Die hält auch. Habe ich da gerade einen Fehler gemacht? Hä? Ich habe gerade die Buslinie. Also hier den Punkt einfach entfernt. Drücken sie X oder ziehen sie eine Linie zum Hinzufügen. Wenn ich jetzt einfach X drücke. Ah, was habe ich getan? Ich habe irgendwie einen Fehler gerade gemacht. Kann das sein? Zum Verlegen ziehen. Nach da verlegen. Ah, okay. Kapiert. Jetzt hält der Bus auch wieder da. Wo hält denn der noch? Hier vorne. Und da hält er auch nochmal. Okay. Okay. Ähm, vorne kommt noch was weg. Gut. Ja, wie man sehen kann, wurde hier einiges gebaut. Von alleine irgendwie. Sind ja mittlerweile sehr, sehr viele Hochhäuser da. Wir brauchen aber auf jeden Fall noch ein paar mehr. Würde sagen, auch hier für die Seiten. Aber. Wir brauchen noch mehr Deko. Also noch mehr für die Natur. Was hätten wir denn hier? Freizeitpark? Nee, könnten wir immer noch bauen. Kleiner Park. Ja, wo kommt der denn hin? Ich würde sagen, zu den roten Gebäuden. Irgendwo hier hin? Ne, kein Platz. Oh, hat das bereits belegt. Aber wieso denn? Dann eben so. Das hätten wir hier. Das kommt dann... ...hier oben hin. Und hier unten. Hier ist irgendwie kein Platz mehr. Ne, da müsste man es weg. Ich brauche normalerweise mehr Verbindungen hier. Also, so langsam wird es auch zu klein. Kurz überlegen. Das kommt einfach hier hin. Das hat doch gerade da oben noch gebrannt. So, aber wie machen wir das denn? Das hat doch gerade da oben. Das hat doch gerade da oben. Ja, gal 2020. Vielen Dank.